Okay, bis jetzt habt ihr gelernt, dass in einem Programm Anweisungen liegen können, dass die nacheinander ausgeführt werden und dass man eine Folge von mehreren Anweisungen eine Sequenz nennt und dass es auch in einem Programm Schleifen geben kann. Und in Schleifen können Anweisungen oder auch ganze Sequenzen liegen. Bis jetzt hatten wir in einem Programm immer nur eine einzige Folge von Anweisungen. Was wir jetzt heute neu dazulernen, ist, dass man auch mehrere Befehlsfolgen in ein Programm einbauen kann. Wir können einen zweiten Startblock einlegen, einbauen und auch hier Anweisungen einbauen. So, und jetzt haben wir im Prinzip hier oben einen Task. Das ist also sozusagen ein Prozess, etwas, was abläuft. Und wir haben, wenn dieses komplette Programm hier, bestehend aus allem, was wir jetzt hier sehen, gestartet wird, noch einen zweiten Task, einen sogenannten Aktivitätsträger. Und dadurch kann der Roboter zwei Dinge parallel gleichzeitig bearbeiten. Man könnte jetzt auch noch mehrere Startblöcke einziehen. Und jetzt ist es wichtig, dass wenn wir jetzt hier diesen Startblock hier oben anklicken und ich hier auf Play drücke, dann wird ja auch nur den unteren Task starten. Und wenn ich möchte, dass beide Tasks, der obere und der untere gleichzeitig gestartet werden, dann muss ich hier unten in der Ecke den Play-Button anklicken. Denn der führt dazu, dass wenn ich, dass alle Startblöcke, die es in diesem Programm hier gibt, im Programm zwei, gleichzeitig aktiviert werden und er dann loslegt. Wir schauen uns ein Beispiel dazu an. Wir sehen hier ein Programm, was aus zwei Tasks besteht. In dem oberen Task wird erst darauf gewartet, dass der Farbsensor die Farbe rot erkennt. Wenn die Anweisung erfüllt ist, wird die Anweisung, bringe die LEDs zum Blinken und zwar in rot ausgeführt. Und danach folgt die Anweisung, warte fünf Sekunden und dann ist der obere Task beendet. In dem unteren Task wird zunächst die Warteanweisung ausgeführt. Es soll darauf gewartet werden, dass die Entfernung kleiner als fünf Zentimeter wird. Wenn die Warteanweisung ausgeführt wurde, wird der Motor A gestartet mit Leistung 50 und wenn die Anweisung ausgeführt wurde, wird nochmal fünf Sekunden gewartet und dann ist der untere Task beendet. Wir drücken jetzt hier unten in der Ecke auf Play, sodass beide Tasks gleichzeitig gestartet werden. Wir erkennen jetzt hier an der schraffierten Fläche hier und hier, dass die auch parallel bearbeitet werden. Wir sehen den Roboter, der das jetzt gleichzeitig ausführt. So, jetzt verringern wir mal die Entfernung, die gemessen wird, unter fünf Zentimeter. Der Motor wird jetzt hier gestartet und jetzt wird unten die Anweisung, warte fünf Sekunden, noch zu Ende gemacht und dann ist der untere Task beendet. Wir sehen aber, dass der Motor sich immer noch dreht. Denn das gesamte Programm ist jetzt noch nicht beendet, denn das Programm ist erst dann beendet, wenn alle Tasks das Ende erreicht haben. Erst der untere Task wurde zu Ende bearbeitet, der obere Task läuft aber noch. So, der Roboter wartet also noch im oberen Task darauf, dass er die Farbe rot erkennt. So, wenn das der Fall ist, wir nehmen jetzt unseren roten USB-Stick und halten den davor, dann blinken die LEDs rot. Er ist in dem oberen Task, hat noch fünf Sekunden gewartet und jetzt ist er hier am Ende angelangt. Und wenn alle Tasks am Ende angelangt sind in einem Multitasking-Programm, dann wird natürlich am Ende, wie vorher auch schon, werden alle Motoren wieder ausgeschaltet. Die LEDs werden zurückgesetzt, der Bildschirm wird zurückgesetzt, gegebenenfalls gestartete Töne werden aufgehört abzuspielen und dann ist erst das Programm beendet. So, ihr wisst jetzt, wie man mehrere Tasks in ein Programm einbaut, die der Roboter dann parallel abarbeitet. Ihr habt euch vielleicht schon gefragt, was bringt es denn, wenn wir so eine Schleife auf unbegrenzt stellen können, wenn er dann nie wieder da rausgeht und nie die Anweisung erreicht, die hinter dieser Schleife liegen. Sobald wir jetzt einen zweiten Task haben, können wir auch die Endlosschleife, die in einem anderen Task gestartet wurde, abbrechen. Dazu brauchen wir den Interwapp-Block. Interwapp heißt unterbrechen auf Englisch und den bauen wir jetzt hier ein. Und jetzt kann man dieser Schleife hier oben einen Namen geben. Wir klicken hier mal rein und sagen einfach, das hier ist die Schleife, in der der Roboter drehen und wenden soll. Haare und Drehe, das ist vielleicht ein besserer Name. So, und jetzt stelle ich hier unten ein, welche Schleifen denn unterbrochen werden sollen. Und zwar alle Schleifen, die den Namen Haare und Drehe tragen sollen, unterbrochen werden, wenn dieser Anweisungsblock hier erreicht wird. So, wir gucken uns an, was dann passiert, wenn wir das starten. So, wir starten beide Tasks gleichzeitig, indem wir hier unten wieder den Play-Button drücken. Beide Tasks laufen jetzt. In dem oberen Task bleibt der Robert erstmal endlos in der Schleife. In dem unteren Task wird jetzt gewartet darauf, dass ein roter Gegenstand erkannt wird. Und erst dann wird die obere Schleife abgebrochen. So, wir halten jetzt einen roten Gegenstand vor den Farbsensor. Und jetzt sehen wir, er ist rot am Blinken. Er ist also oben aus der Schleife herausgesprungen. Die Schleife wurde ja manuell abgebrochen. Und die Schleife ist ja so gesehen auch eine Anweisung. Und dann macht das Programm einfach in dem oberen Task mit den Anweisungen danach weiter. Er hat die Anweisung hier gestartet, hat diese Anweisung gestartet. Und da mit dem Erreichen des Interrupt-Blocks der untere Task beendet wurde, bedeutet das zwangsläufig, dass sobald auch der obere Task hier die letzte Anweisung, Warte 5 Sekunden, ausgeführt hat, dass das komplette Programm beendet ist. Und dementsprechend wird wieder alles zurückgesetzt. Und die Steintasten blinken auch nicht mehr rot. Und er fährt auch nicht mehr und hat also jetzt eine Endlosschleife abgebrochen.